Gleich ist es soweit. Der Blickpunkt ist wieder da mit folgenden Themen. 175 Jahre St. Nikolaus Hospital in Eupen, eine Klinik im Wandel und Technik der Zukunft, Fahrsimulator der RWTH Aachen. Das alles und natürlich die wichtigsten Nachrichten des Tages gibt es ab 17.45 Uhr im BAF Fernsehen mit stündlicher Wiederholung. Und wann immer Sie mögen, im Internet unter baf.be. Wir sehen uns.